Die Lab Conference ist so aufgebaut, dass wir an einem Tag in mindestens zwei europäischen Städten ein und dasselbe Thema bearbeiten. Es gibt eine Videokonferenz am Vormittag, da werden die Probleme und die Zustände beschrieben. Und dann wird in jeder Stadt in kleinen Arbeitsgruppen zu dem jeweiligen Thema eine Lösung erarbeitet. Nach sechs bis sieben Stunden haben wir mit Sicherheit ganz, ganz tolle und hilfreiche Ideen erarbeitet. Und wir sind sehr gespannt darauf, ob wir in unterschiedlichen Ländern zu den gleichen Ergebnissen kommen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Experiment.